Herzlich Willkommen zum Frauen-Clipping. Das heißt so, weil es diesmal eine Wochenvorschau ist, die sich beschäftigt mit drei Geschichten über drei Ladies-Frauen. Das Ganze wird präsentiert, passenderweise von mir, ihr. Bella stellt Nachforschungen an. Wurde sie wirklich adoptiert? Wer ist ihre Mutter? Clarissa kennt die Antworten, will aber schweigen wie ein Grab. Umso überraschter ist Bella, als die Greifin plötzlich doch kooperiert. Hallo. Hallo. Ich bin noch einmal in mich gegangen. Also bitte stellen Sie Ihre Fragen. Aber Sie bekommen keine zweite Chance. Werden die beiden durchbrennen? Das und noch viel mehr erfahrt ihr ab Montag um 18 Uhr im Ersten bei der, hm, verbotenen Liebe. Mehr Videos finden Sie in der Das Erste Mediathek.